Moin, eine neue Runde Satisfactory. Ja, ich hatte auch was vorbereitet. Auf all diesen Dingern, ist übrigens Sonntag, ja, so, Käffchen. Auf all diesen Dingern stehen jetzt Foundations. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, obwohl die alle groß sind. Auf all diesen Dingern stehen jetzt Kraftwerke. Ist da manchmal mehr Platz? Gut, der steht jetzt wieder halt weiter hinten, der kann man näher ranziehen. Hier, guck mal, ihr kriegt aber eine sechste da nicht reden. Nein, ist nicht. Ist nicht. Ja, könnten die jetzt hier ein bisschen näher ranziehen, aber das ist jetzt erstmal wurscht. Ich habe jetzt erstmal die Dingern hier hingestellt. So, dann habe ich hier was ausprobiert. Die Runde, das wird wieder abgerissen. Man muss, ja, man muss ja mal ausprobieren, ne. Das will ich so nicht. Ich gehe mal hier hin. Nehmen wir noch hier, Käffchen. Ich weiß aber jetzt, wie ich diesen Rohranschluss machen werde. So, also, hier habe ich probiert, der kommt wieder weg. Der hier. Und zwar das. Hier ist übrigens, äh, hat der Smart-Mod durchgedreht. Weiß ich auch nicht. So. Äh, das kommt wieder weg. Ich habe jetzt nur gerade das Inventar voll. Ich habe keine, da sind so die Scheißkisten. Äh, warte mal. Äh, was bist denn du? Du bist so eine komische Platte. Ja, da kommst du weg. Platten kann man immer gebrauchen. So, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Äh, machen wir hier Licht an. Oder wird es Tag? Ne, es wird Nacht. Da sind die Scheinwerfer angegangen. Da habe ich angefangen, da oben. Hä? Na nü. Was anders? Ne. Äh, angefangen, Scheinwerfer dran zu machen. Da, die sind aber noch nicht fertig. Ne, das kommt ja ganz außen rum. Mann, ist das hell da. Guckt euch das mal an. So, wir werden den Anschluss... Wir brauchen hier nur zwei 600er Rohre. Mehr ist das ja gar nicht. Ne, ist ja der Vorteil. Hier langlegen. Das Ding kommt natürlich weg. Das war ja ein Versuch. Und da habe ich halt das Inventar jetzt voll. Und zwar... Gehen die in dem... Von dem Treibstoff in der Mitte nach unten. Gehen da lang. Gehen hier. Gehen hier. Und jetzt kommt es. Jetzt bauen wir was. Die schwebt. Ne, da unten drunter ist Platz. Nicht viel, aber da ist Platz. Das heißt, wo ist denn eigentlich hier die Mitte von dem Ding? Müsste hier eigentlich... Das Ding da sein. Jetzt gib mir mal sowas. Nein. Sowas. Äh. Ja. Das ist blöd. Ähm. Dann gib mir mal eine Foundation. Da kann man halt nicht bauen. Wenn man schwimmt, kann man nicht bauen. Dann mache ich es mal so. Und zwar... Ne, ich mache das mal so. Dann eine Wand bitte. Und wieder weg. Und weg. Und eine Wand unten drunter. Dann hätte ich die eigentlich hier nochmal hinmachen müssen. Denn ich brauche hier auch eine. Bist denn du jetzt ran gesnappt? Du bist da oben dran gesnappt. Ne, dann muss ich dich da auch dran snappen lassen. Komm mal her hier. So. Weg. Weg. Ich brauche nur die... Na? Ich brauche nur die untere Wand. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ich brauche nur die untere. Weg. Und weg. So. Gehen wir hier zurück. Keine Kisten bitte. So. Und jetzt... Smart Mod. Oh. Die Kollision hat es ja bei diesen Dingern hier nicht. So. Also bei denen hier. Weil die jetzt schief stehen. Sonst... Weil man kann bei dem Smart Mod. Die Version, die jetzt aktuell ist bei der Aufnahme. Kann man die Kollision noch nicht abschalten. Das ist das Blöde. Der snappt aber nicht so, wie ich will. Der ist nicht in der Mitte, ne? Kann das sein? Machen wir das Licht an. Doch. Doch, doch. Das Fenster da ist in der Mitte. So. Pass auf. Und dann kommen hier die Rohren. Was ist denn hier für eine Welle? Kommen hier die Rohren lang? Die zwei. Es sind ja nur zwei. Das testen wir jetzt mal. Das eine geht da hinten. Was haben wir denn eigentlich gesagt? Zwölf Stück macht eins, ne? Ergibt 50 Maschinen für ein 600er Rohr. 50 Maschinen. Flupp. Ein Rohr da, ein hier. Und zwar von unten. Und dann wird es interessant. Wir tun jetzt mal hier... ...einen Test machen. Die sind nämlich hier tief genug. Tja. Ah. Gucken. Nehmen wir hier mal eine tiefe Stelle. Dann ziehen wir es halt durch den Sand. Wird ja verdeckt. So. Ich mach das mal jetzt hier hin. Ne? So. Hä? Braucht man für die Dinger keine Stangen mehr? Hat sich das geändert? Sag mal. Bin ich jetzt komplett... Seit wann braucht man denn für die Dinger keine Stangen mehr? Hier die? Oder war das schon immer so? Wo sind sie denn? Da die. Hm. So. Jetzt machen wir hier nochmal einen. Wo peilst denn du? Das ist jetzt erstmal egal. Ich mach jetzt mal hier hin. So. Damit wir hier mal eine Peilung haben. Jo. Dann machen wir das so. Das zeige ich euch dann, was er wieder im Aufgemacht hat. Jetzt kommen die zwei Rohren. Und dann sage ich, das geht gerade aus. Und das geht da. Jetzt muss der ziemlich tief da dran. Kann ich hier stehen? Ne. Kann ich nicht. Aber den kriegen wir da durch. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir ja hier eine Mitte von dem Ding. Hier. Hier war ja unser Versuchsaufbau. Mach mal weg. Bitte keine Kisten. Au. Was hat denn der da eben ge... Ey. Was mag Kisten du da? Gar nichts. Ne. So wie es aussieht. Da oben ist eine Kiste. Geil. Oh, Mad. So. Äh. Auch eine Kiste. Ne. Wo? Ah. So. Jetzt. So ein Ding. Ich glaube, da brauchen wir eins. Flupp. Hehehe. Und jetzt. Nehm das Linke. Zack. Aber nicht Standard. BD. Du machst hier den Vertikalen. Flupp. Und jetzt da hoch. Kann man die... Dass man die Dinger nicht an die Decke klatschen kann. Man kann das mit denen machen. Aber die kann ich nicht kippen. Ich hoffe, das ist hoch genug. Äh. Ich geh mal da hoch. Ich will das jetzt wissen. Hm. So. Habe hier ein Leiterchen hingemacht. Von dem ich irgendwo auch schon runtergefallen bin. Wie ich auch immer das geschafft habe. Warte mal. Die Alde. Das ist eine Frau. Hier. Die man hier spielt. Ne. Haben sie ja schon bestätigt. Die hält sich da manchmal nie fest. So. Also Männer. Ihr spielt hier eine Frau im Spiel. Könnt ihr euch nicht aussuchen. So. Zack. Das dann bedeutet. Hier. Mitte. Zack. Fluck. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das bis unten hin reicht. Man nimmt die da. Und dann hüpfen wir hier gerade wieder runter. Ein Glück geht das. Auch wenn man das nicht sieht. Das ist es bestimmt. Äh. Gäste mal. Jetzt hält sich einer leider fest. Ne. Bestimmt zu kurz. Ne. Ich darf auch mal Glück haben. He he. So. Das Rohr. Geht hier unten unter diesen Dingern zu jedem von diesen Teilen lang. Ja. Das ist das, was wir eben aufmachen. Wir machen jetzt hier bei dieser Konstruktion. Da muss halt eine Pumpe hin. Da muss eine Pumpe hin. Könnte sich auch einfach machen, aber ist nicht. So. Jetzt machen wir hier eine Vertüdelung. Die sind einfach hier. Die. Zwei. Der ist halt jetzt hier. Wenn man den wieder wegnimmt. Ist halt blöd, ob das Rollern immer noch funktioniert oder nicht. Manchmal geht es halt. Manchmal geht es nicht. So. Jetzt machen wir das. So. Und jetzt muss man halt gucken, wie man das am blödesten macht. Oder man macht sie von weiter oben. So, dass man da hier unten laufen kann. Wisst ihr? Was ich meine? Ist halt dann hier ein bisschen kreuz und quer. Ist aber so halt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt. Hier. Als Beispiel. Das. Dann sagt man. Äh. Mach mal so. Mach mal vier. Fehlt einer. Wer fehlt denn hier überhaupt? Du. Und du. Und du. Und du. Du hast die Popo gerade gezogen. Na komm. Nee. Ja, so ungefähr. Das ist halt. Sieht halt aus wie eine Fledermaus. Warte mal. Die brauchen ja sowieso nur die. Ja. So. Äh. Vertikal. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass auf. Nein. Ich muss es ja von da ziehen. So. Äh. Bestimmt bessere Lösung. Ich mach es aber so. Das ist nämlich meine Lösung. So. Nein. Du musst da hin. Du musst da hin. Oh. Das Ding ist über dem. Er geht ja nicht niedriger. Eins. Zwei. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Gucken uns das hier drüben an. Die Sonne geht wieder auf. Können wir so machen. Warte mal. Ich muss mal gerade gucken, wie viel Uhr wir haben. Ich muss nämlich hier mal geschmeidigt eine Software auf meinem Arbeits-PC einschalten. Sonst wird das nämlich nichts. So. Zack. Sonst wäre das nämlich zu spät gewesen. So. Läuft. Warte mal. Ich muss hier noch eine Software umschalten. Kann man auch gleich. Äh. Da muss ich hin. Nehmen wir auch Arbeit heute, ne? So. Was haben wir denn da? In Progress. Alles klar. In Progress. So. Ähm. Wo gehen wir denn hier? Da gehen wir raus. So. Jetzt machen wir hier noch. Jetzt muss man natürlich jetzt... Ah. Wisst ihr, was für einen Fehler ich gemacht habe? Ich hätte diese Foundation erst rausnehmen müssen. Um da unten an das Rohr zu kommen. Um hier... Den in dem... Tja. Scheiße. Willst du mal anders da machen? Weil sonst kann auch gut sein, dass man den dann halt nicht mehr da reinkriegt, ne? Wegen der Kollisionsabfragung. Du schaffst mal an. Äh. Also machen wir anders. Wo ist denn hier die Mitte von dem Ding? Das machen wir hier ganz geschmeidig. Die ist dann wahrscheinlich... Nirgendwo. Äh. Hier. Oder? Ist die hier? Ja, da ist sie. Gib mir mal das und das und das und das. Und geh mal weg. Wenn das die Mitte ist, dann machen wir es jetzt ganz anders. Pass mal auf. Wir machen jetzt hier... Zack. So. Absichtlich, dass der Rahmen da drin ist. Äh. Du bist noch vertikal. Ja. Ich will was ausprobieren. Ach so, von hier brauchte ich ja nicht. Äh. Ja. So. Finde ich gut, dass man das da sieht, ne? So. Zack. Dann machen wir hier dran. Flipp. Erst habe ich ja gedacht, hier sowas zu machen. Das kriegst du nämlich zu... Oh, guck mal. Das... Guck mal. Hehe. Ja, gut. Erst habe ich natürlich gedacht. Hehe. Wenn man jetzt natürlich... Nö. Wozu? Nö. Das lassen wir mal wieder weg. Aber... Das macht damit wir hier... Sollen wir schon mehr sehen. Es ist eine Raffinerie, ne? Und ein Dings. So. Jetzt geht das Ding da rüber. Und hier... Oh Gott. Wie lange soll denn das dauern? Äh. Kommt dasselbe Spiel. Okay. Hier kommt dasselbe Spiel. Und da können wir hier... Oh Mann. So. Und da oben... Ne? Machen wir jetzt hier so und so und so und so. Muss ja nichts, weil das Rohr geht ja da hoch. Ne? Ich muss nicht immer da hoch rennen. Das Rohr geht ja da hoch. Da braucht es eine Pumpe. Das ist mehr als 10 Meter. Da braucht es dann sogar auch die schnelle Pumpe. Die klatschen wir da auch noch irgendwo hin. Der kriegt erstmal Druck von da hinten. Setzen hier in den Boden eine Pumpe rein. Dass hier anständig Druck kommt. Damit da oben... die Pumpe hinkommt. Das schafft der nicht. Die muss hier unten hin. Scheiße. Das sieht ja auch interessant aus. Äh. Das schafft der nicht. Na doch. Wenn da hinten eine größere Pumpe ist, klar schafft der das. Na logisch. Also sollte. Machen wir das hier. Gut, dass man das da drauf sieht, Mann. So. Und irgendwie... Äh. So. Das ist ein Konstrukt. Die sollte eigentlich eher da unten hin. Wegen Wartungsarbeiten, ne? Das überlege ich mir noch. Weil man vielleicht in der anderen auch... Aber so sollte der Kram dann eigentlich funktionieren. Muss man ja immer merken, wie ich das hier gemacht habe. Über dem Ding... ...kommt gleich... ...der fürs nächste. Und dann wieder Grafikfehler hier. Wie sieht denn das aus? Hier ist das Rohr kaputt. Okay. Über dem Ding... Hier gucken wir noch mal. Also wir bauen das erstmal. Hier kommt dieses Ding. So. Dann renne ich jetzt mal kurz schnell... ...hier lang. So. Ich habe jetzt hier mal die Rohren langgezogen. Hier. Da sind sie. Da drüben noch nicht. Und dann machen wir hier vorne. Das müssen wir noch mal gucken. Warte mal. Geh nochmal zu dem hier. Jetzt sind die müssen wir. Da vorne ist ja... Äh... Sind die Wände schon drin? So. Warte. Jetzt gucken wir hier mal kurz schnell... ...ob wir hier... ...die Sache mit der Pumpe... ...hier hin machen. Dann richten wir die auch aus. So. Nein, so natürlich nicht. So natürlich. Machen wir das so. So. Dann pumpt der ja auch. Pass mal auf. Wenn wir das jetzt hier so machen. Und zwar... ...hier. Das nach da drüben geht. Das machen wir jetzt auch mal gleich. Ist da ja schon wieder Druck auf dem Ding. Auf der Pumpe. Achso. Wir sind es ja da. Aber warte mal. Aber das Ding ist zu lang, ne? Ist das Ding zu lang? Das wäre jetzt der Hit, ne? Ja, natürlich ist das Ding zu lang. Hier. Jetzt Speicher-Fries. Das Rohr ist zu lang. Äh. Schiete. Äh. Warte mal. Dann machen wir es halt hier. Das verstecken wir hier. Das Rohr ist zu lang. Hier ist es nicht mehr zu lang. So. Flipp. Jawoll. So wird das gemacht. Aber sowas von nicht genügend Freiraum. Ja, ja, ja. Äh. Dann machen wir hier nochmal. Machen wir das gerade nochmal fertig. Ich will mal gucken, wie das dann aussieht. So, zack. Machen wir es hier hin. Das bist du und du. Machen wir es hier hin. Und machen wir es hier hin. So. Oder? Dann kommst du da hin. Okay, so kann man es natürlich auch machen, ne? Na, logisch. Äh, warte. Komm du mal da hin? Äh. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Warte. Wo bist du? Wo musst denn du? Hä? Hä? Ach so, das ist, weil ich den da hingemacht habe. Okay. Dann müssen wir den. Drehen. Dann hat der einen Anschluss. Der, der. Der hat noch keinen. Das könnte der obere sein. Wir drehen den mal ein Stück. Flup. So ungefähr. So. Oh. Naja, fast. Und so. Habt ihr alle was? Alles klar. So machen wir das. Ich mache es fertig. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Ciao. Ciao. So. Vielen Dank.